Datt werden um 22 erst aufgenommen. Boah, Dreckschurribo-Fegern, die doch weg, Alter. Was meinst du? Ich meine, wir werden um 22 gemacht oder nicht? Ja, wir werden eine Pause. Ah, klippah, Pause. Dann haben wir um 20, 21. Was bist du schon wieder bei mir? Nicht hier runter. Richtig. Das kann schon nicht gut werden. Das kann schon nicht gut werden, ich habe hier was gemacht. Das kann schon nicht gut werden. Nein, nein. Ich will aber hier stehen. Hast du noch schöne 15 Minuten drumherum stehen? Du willst auch jetzt? Nein. Habe ich ihn jetzt überhaupt nicht zu Hause gekillt. Habe ich ihn an der Seite runterfallen lassen. Hätte ich auch gemacht. Wozu machst du, hast du auch keine Cloud-Boots? Ja, mache ich mir bei ihm. Aus No Items. Oh. Zauber-Medi. Zauber-Medi eben, kennst du? Hm. Kennst du? Ja. Das kommt, weil man mich ärgert. Ich ärgere. Der hat mich doch geärgert. Der wollte mich gerade bisschen wieder beklauen. Ich fahr. Was macht er jetzt? Keine Ahnung. Hast du irgendwas getan heute? Ja, ich habe die Insel ausgebaut. Hast du noch Sachen im Inseln? Ja, nein. Was hast du denn im Inseln? Ich habe nicht mehr im Inseln. Sicher? Okay. Ne, so auch wieder, ich bin schon gestorben. Hier darfst du jetzt wohnen. Geh weg. Nein, ich bin nach links. Nein. Oh, mein Eindruck ist wieder da. Du wirst dich behindern. Nein. Doch. Das wüsste ich. Pass er dich. Du bist scheiße. Aber irgendwie kommen wir zu gar nichts gerade, ne? Nein, das liegt alles wegen Chosen. Ach so, ihr töte mich die ganze Zeit. Und ihr kommt zu gar nichts und begutet das dann damit, dass ich so scheiße bin. Ja. Dreckslogik. Das spricht nicht von deiner Qualität. Also, also, meine Qualität. Alter. Ich habe mich eigentlich ärgern. Unfassbar. Ich kriege euer Schatz. Ich habe einen DDoS ab, Alter. Das Ende, junge Lände. Warte mal, einmal musst du noch sterben. Nein. Nichts. Doch, einmal musst du noch. Nein, ich sterbe nicht. Oh. Jetzt haben wir weggemobbt. Ne, nie mehr. Toll. Ich habe dich hier vorne auch nur abgesetzt gerade. Mhm. Klar. Hat er auch. Aus 30 Kloppen Höhe. Nein. Auf dem Boden. Ich war gerade auf dem Boden, wo ich das gemacht habe. Mhm. Ach, komm schon. Nö. Nö. Oh. In der Studie zufolge sind Katzen dazu fähig, die Stimme ihres Besitzers zu erkennen. Es scheint sich jedoch auf, dazu zu kontrollieren. Heul doch. Bin ich an. Heul doch. Was für Mädchen. Hallo. Äh. So. Ja, ja. Und sofort tot. Ach, der ist ja auch nochmal auf die Ohren gestorben. Wo stirbst du denn überall? Jetzt ist er gestorben. Hallo, wo hast du das Glas her? Er hat dir wahrscheinlich irgendwo das Glas geklaut. Ja, klar. Muss er ja auch. Was hier? Na, klar, lass ich was. Vier? Eins. Na, wo hast du das geklaut schon? Na, oder? Bei deinem Vater hast du das geklaut. So, jetzt muss ich weinen. Wenn ich gleich müde bin. Wenn ich gleich müde bin. Ja? Wie so ein kleines Kind, ey. Oh, Mann ey. Das machen wir eigentlich den ganzen Tag hier. Aber richtig produktiv heute. Ja. Ja, wir waren ultraproduktiv heute, finde ich auch. So. Ja, ne, Schoben. Ja, so, ich war ultraproduktiv heute, also. Produktiver als ihr. Nein. Nein. Ich bin mal irgendwo hin. Ich weiß nicht. Nein. Nein. Doch. Ich werde mich mal irgendwo hinstellen, weil ich jetzt mal irgendwo hingehe. Mhm. Du gehst weg? Wohin? Ja. Wieso gehst du weg? Ey, ob ich pinkeln muss. Ja, Mann. Ich pinkeln muss, wie geil ist das. Warum gehst du weg? Ja, weil ich pinkeln muss. Ein paar Minuten hat's noch warten. Nein. Zehn Minuten warten. Ja. Wo lebst du denn? Weil ich pinkeln muss. Ich geh jetzt auch. Mir egal. Tschüss. Bis gleich. Ja. Richtig geil, weißt du? Ich geh jetzt, weil ich, warum? Weil ich pinkeln muss. Das ist normal. Das ist normal bei uns, ehrlich. Das ist so geil. Warum gehst du jetzt? Ja, weil ich pinkel, Mann. Das ist doch eh in der Reine, unfassbar. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkel, Mann. Die Aussagen waren einfach zu geil. Das findest du jetzt super lustig, ne? Sehr schön. Ein wunderbares Ende. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Kannst du nicht noch warten. Nein. Ganz drögen, Alter. So ganz drögen. Ja, normal. So gut einfach. So gut. Warum gehst du jetzt? Mann, ich pinkel. Aber Spaß hast du gehabt, ne? Ja, aua. Der Arbinger töte mich. Der Creeper. Au. Au. Ganz ungeil. Ich hab Birchwood. Wo hast du jetzt schon wieder geklaut? Gar nichts. Ich wurde getötet, oder fast. Achso. Wo war eigentlich das Portal vom Spawnhaus, eh? Wieder vergessen. Wo ist das? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Das war das Spawnhaus. Das ist ein Nether-Portal. Und so kommst du rein. Hey, warum kann man denn eigentlich keinen Atom-Server nutzen? Voll Buggy. Decks Server. Decks Modpack, die Leute. Bei mir funktioniert alles. Das ist alle Tasten gerückt. Geht aber auch nicht. Kaputt. Ach ja. Geil. Ich hab 6000 Tasten gerückt, aber das geht auch nicht. Vielleicht kriegst du gerade nur so Glowstone-Säule. Aus der Flüssigkeit. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Immer so gut. Das Zeug gibt dir echt einen Speed-and-Jump-Ball-Boost. Ball. Ein Speed-and-Jump-Ball. Ja. Speed-and-Jump-Boost. Warum gehst du jetzt? Ein Papagei-Vögel. Habst du wieder nach dem Pinkeln? Ja. Ja. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Ich glaub, du hast bei dir zu Hause was stehen, Flash. Ihr seid scheiße. Mach dir da. Gar nichts. Du musst auch weggehen, weil du pinkeln musst. Ey, du hast... Mach dich Scheu weg, das geht von unten nach oben. Ich weiß. Was weiß ich heute, dass es geht. Ob gehst du jetzt? Es dauert noch ein bisschen, bis das jetzt weggeht. Pinkeln muss. Ja klar, weil ich pinkeln muss. Was auch nicht. Das ist so geil. Da kannst du noch warten, Alter. Was spendst du? Zehn Minuten, ne? Der rennt jetzt bei dir wieder zu Hause rum. Ich banne dich gleich. Ach ja. Ich vertraue dir nicht, was du im Inventar sind. Ich muss ja mal gucken. Okay. Hat er nichts gehabt, oder was? Ne. Ist nicht ganz gestorben. Nein. Na, was hat er jetzt wieder geklaut? Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Wo musst du mir mit Thermal... Was ist denn? Ich hab doch jetzt gemacht. Ja klar, wo hast du denn... Hinter dir geschoben. Thermalmonitor. Weiß nicht. Tschüss. Unglaublich. Weil ich pinkeln musste. Ja, ich wirklich pinkeln musste. So geil. Was willst du bei mir? Gar nichts. Ich find dich teuer. Du mein Buch wieder rein, du Arsch. Ich hab keines gemacht. Nö, wieso ist das Buch weg? Boribo. Nein. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist halt... Okay. Halt, stopp. Wo gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Da klaut er mir eben einfach mal zu. Das ist total. Wie? Warum gehst du jetzt? Das wird noch ein Klassiker, ne? Für dich. Aber wenn du den Spruch verwendest, ne? Sagst du bitte hast von mir. Ja, warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Das ist so geil. Du feiert das jetzt... Du feiert das so hart, ey. Hör, tüter. Das ist einfach so gut. Was ist bei dir los? Das ist einfach so gut gewesen. Einfach von der Situation her. Dieses ganz trockene... Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Das dauert aber auch bis kurz weg, ne? Alter, du feierst das, oder? Ja, halt was. Ey, am besten weißt du, wo es bei 1Live an, ne? Dann sollen die genau das Video sich angucken. Und dann sollen sie es bei O-Tonscharts reinnehmen. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Tja, ey, ehrlich. Das ist so geil. Send es berichtet mal, wenn das eh mal reinschreibt. Warum gehst du jetzt? Ja, weil ich pinkeln muss. Wo soll er das denn alles reinschreiben? Weiß ich nicht. Wenn da irgendwelche Lime-Steam kommen, shattet er mit dir. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Bei Zed ins Stream, oder was? Ja, weiß ich doch nicht. Das weiß ich erst mal. Chosen. Du weißt ganz genau, ich vertraue dir in dem Sinn nicht hier. Du gehst bitte von meinen Kisten weg. Du gehst doch überhaupt mit. Was ist das denn? Bei dir? Wie? Hey, komm schon. Komm, hier, dann kann man schwimmen, bestimmt. Kannst du nicht schrägeln und schwimmen, oder was? Nee, das hat gelingt. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinke. Aber hier war auch irgendwo noch ein normales Portal vom Spot-Haus. Ich finde das nicht mehr. Nein, 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 nein. Jungs, ihr seid artig. Nein, nein. Oh, tschüss. Ey, warte mal. Weißt du, was wir machen können? Wir können Chosen Ping-Pong spielen. Wir gehen beide in die Luft und drücken immer TP. Der P-In dann. Nein, wir sind bekloppt. Der P-In dann, bekloppt. Warum gehst du jetzt? Weil ich pinkeln muss. Ey, der feiert das voll hart. So geil. Mein Gott. Warum gehst du jetzt? Der kriegt sich kein... Weißt du, nachts im Bett liegt er, da muss ich ja so schlapp lachen. Warum gehst du jetzt? Warum gehst du jetzt? Warum gehst du jetzt? Warum gehst du jetzt? Ich freu mich, das kam halt so trocken. Das war einfach so perfekt. Einfach mh. Kann das halt. Oh Mann ey. Kann das halt. Warum gehst du jetzt? Das wird ein Schaden aber richtig. Warum gehst du denn jetzt, Mensch? Weil ich jetzt drei Minuten nix mehr mache. Ja, mich zieh jetzt schon wieder. Wir haben dir dein Buch geklaut. Ey, lass mal bitte. Ich muss gerade eben drüben in einem anderen Chat was machen. Na, hast du da hingeschmissen. Nein, lass mal ihn bitte. Du weißt, dass es kaputt geht nach was Zeit da durch, ne? Echt? Oh, Pech. Ne, lass mal ihn. Ich bin gerade eben drüben. Schreiben. Ich finde das jetzt gerade nicht witzig. Aua! Kannst du mal bitte aufhören, mich beständig mit Scheiße zu überwerfen? NICHT! Alter, wer hat denn Feuerzeuge gehabt? Alter, wer hat denn Feuerzeuge gehabt? NICHT! NICHT! Okay. Habe hier gerade was rangefreund? Du weißt, ich vertraue dir nicht. Was du in deinem Inventar hast. Nein! Ich bin schon wieder am Feuerzeug. Ich hasse dich. Ich weiß, ich liebe mich. Warum gehst du jetzt eigentlich? Willst du dich pinkeln oder so? Ist die Folge nicht gleich vorbei? Ja. Mhm. Ich sag nicht tschüss. Ne. So. Nein. So. Ein halbes Herz. Schlecht. Ja. Ja. Halbes Herz. Und? Jetzt bist du bei dir zu Hause. Warum gehst du jetzt? Weil ich kacken muss. Ich gehe nicht, warum du jetzt gehst. So. Ich stelle mich jetzt schon mal in Ecke. Wir haben ja sowieso nur eine Minute. Kann ich eben was auf der afk tun. Du hast mein Portal kaputt gemacht. Arf. Arschkopf! Es ist ein Schleim. Wazer, wazer. Warum machst du da eigentlich Slime vor, mein Potter? Kommt der auf ein Server-Troll, der. Machen wir auch nix. Hätte ich Troll der gebraucht. Hätte ich mir einen Troll geholt. Alles kaputt. Hey du Troll. Was macht ihr denn hier? Schleimpat? Hey du Troll, was geht bei dir? Komm schon. Bist du wohl auf damit? Ah, wir werden angeschossen. Ich geh da mal. Tschüss. Hey, hab mich auch da kaputt gemacht. Oh. Ah, ich kann nicht gehen. Nein. Tschüss. Geweckt, nein! Was geht weg? Nein! Centus, guck mal mit dich mal im Drum. Wo ist der eigentlich? Da unten. Hättet ihr mal bitte Hallo? Nein. Ich hab ihn vom Tower runtergeschossen. Ich hab ihn vom Tower runtergeschossen. Das funktioniert nicht. Nein. Du lass mal wieder rein, das. In den Gegenbau. Ja. Nein. Nein. Du musst das auf den Boden schmeißen, dass das überhaupt funktioniert. Ah. Ah. Boah. Ich weiß aber, man kann aber einfach richtig drauf machen und das dann da draufklicken auf die Fläche oder nicht. Komm da gar nicht durch. Ha. Sag ich doch, weil das denn nicht funktioniert. Idiot. Lauer nicht. Doch. Boah. Ich hab ihn jetzt kaputt gemacht. Die hat so'n scheiß Steinkranz hingemacht. Oder der hat die blinde Buchs einfach vertauscht. Wieso habt ihr bei Flash jetzt bitte so'n dreckigen Steinkranz gemacht? Das hab ich gemacht. Ungeil. Nein. Doch. Fui. Putsch da. Giga-Mull. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Not really. Komm schon. Komm schon. Das hat mich losgenommen. Der Server liegt. Der Server liegt. Der Server liegt wirklich. Hörst du wohl auf? Ungeil. Nein. Bleibs jetzt da. Überall. Na gut, aber ich würd mal sagen dann beenden, wie ich sie aufnehme, ne? Ben. Hey. Beenden. Tschüss. 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 Bis auf einmal wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.